So Freunde, ja, wir sind zurück bei Guts in Glory und ich hab irgendwie Angst. Noch mehr Angst als bei der Young-Familie und ich weiß nicht warum, also ich weiß schon warum, aber wir waren ja vorhin, also in der letzten Folge waren wir in einem Freizeitpark und jetzt sollen wir mit einem Raketenrucksack rumfliegen, der aber noch nicht ganz so sicher ist und den sollen wir jetzt erstmal ausprobieren und der heißt Larry und ja, wir machen uns jetzt voll den Larry. Nee, äh, ja, wir fliegen jetzt mit dem Rucksack rum und haben ganz viel Spaß. Glaube ich. Use roll to rotate Larry. Leute, das wird, das wird sehr... Oh mein Gott. Larry, wir machen Larry, fliegen mit dem Raketenrucksack rum. Larry, Larry, nein, der Larry, der ist nicht dumm. Baut sich einen Rucksack mit Raketen dran, fliegt in die weite Höhe. Weiß nicht, ob er sicher ist. Ja, das ist aber blöd. Deswegen testen wir jetzt das Ding und wir machen es rund. Deswegen, wir fliegen in die Luft. Larry ist dabei und ihr seid auch dabei und ich bin ganz doof. Was? Ich bin, ich bin... Scheiß drauf. Was? Äh, okay. Das waren die Youngs. Ich hab's genau gesehen. Es ist einfach ein Gartenstuhl mit Propangas. Ernsthaft? Aber es sieht ganz cool aus, oder? Ich mein, das sind Zeitluber... Yeah, Baby, Larry. Wie geil ist das denn? Wuhu! Alter, wie nice. Ich bin scheiß auf Spider-Man, Alter. Ich bin Larry mit dem Raketenrucksack. Mit dem Raketengartenstuhl. Ich korrigiere mich. Aber das Fliegen ist eigentlich ganz nice. Können wir die eigentlich verbrennen? Oh Gott. Können wir die anfackeln? Hallo? Warte, ganz ruhig. Wir probieren erstmal ganz langsam nach vorne zu kommen. Oh Gott, Larry, mach keinen Scheiß. Gleich mal mit Zeitlupe. Okay. Ah, Larry, mach keinen Scheiß. Stopp. Oh! Oh! Alter, das könnte sehr lustig werden. Alter! Larry! Ganz ruhig! Ich glaub, der Larry braucht Bier. Der muss, der muss ein bisschen, äh... Ähm... Was ist jetzt los? Das ist... Ähm... Wir haben Kontrolle. Wir haben auf jeden Fall Kontrolle. Also man kann das Ding echt leichter steuern als gedacht. Also das ist schon ganz cool. Ich glaub, damit werden wir Spaß haben. Aber ich sag lieber mal nichts. Oh Gott. Jetzt durch die Stadt. Oh Gott. Oh! 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 Ja, genau das hab ich grad auch gesagt, Larry. Hörst du mir nicht zu, oder was? So, okay. Wir fahren jetzt erstmal hier... Das Auto kommt... Oh Gott. So, jetzt... Oh Gott. Alter, wir sind viel zu schnell. Alter Schwede. Zeitlupe. Alter! Oh! Oh Gott. Skaterpark. Bremsen. Langsam, Larry. Langsam. Okay. Wir haben wieder Kontrolle wiedererlangt. Nice, Larry. Super! Jetzt müssen wir nach oben, oder was? Ja. Hätte ja fast funktioniert. Okay, so. Das ist schwierig, ist nur ein bisschen mit der Kamera. Okay. 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 Larry. So langsam finden wir uns rein in das gute Stück. Also ich weiß nicht, wie viel die ganzen Zutaten gekostet haben. Vielleicht so ein Huni oder so. Und daraus so ein Raketenhof sagt, bitte nicht zu Hause nachmachen. Nein. Kauft euch bitte keinen Propangastank und Klappstuhl, Gartenstuhl und macht es einfach nicht, Leute. Das ist nicht schön. Das will Larry nicht, das will ich nicht und die Jungs wollen das schon gar nicht. Und deswegen wäre es ganz cool, wenn wir das unterlassen könnten. Ich muss mich gerade mal irgendwie drehen. Okay, da ist das Ziel. Oh Gott. Jetzt schießen auch noch Pfeile auf uns. Ernsthaft? Larry, was machst du denn hier? Okay, wir haben es. Nice. Hä? Was war das denn? Verarschen? Waren das jetzt Atompfeile oder was? Okay, wir fliegen gleich mal los, damit die uns gar nicht fliegen können. So ganz langsam. Ganz gechillt mit Gefühl. Langsam bremsen. Guck mal, das geht doch super. Perfekt. Wut, wut, wut. Und da unten ist das Ziel. Ab in Ziel. Ziel. Ja, leicht verfehlt. Okay. Wir versuchen mal ganz normal zu landen. Okay, in Zeitlupe. Baum, Baum, Baum. Oh, da ist eine Ballkanone. Alter. Das ist jetzt aber nicht so lustig. Oh Gott. Larry, flieg doch bitte ins Ziel. Ich kann nicht ins Ziel fliegen. What the fuck? Was macht Larry denn jetzt hier? Ah! Larry, einfach nur ins Ziel. Wir sind so weit gekommen. Ach, komm schon. Nicht wegen so einem Kackbaum, oder? Ganz sanft ins Ziel. Ganz sanft ins Ziel. Ja, Mann, Larry. Du bist einfach geil, Mann. Larry, ey. Was? Hä? Nice. Und jetzt bin ich sogar gespannt auf die Level. Wie die aussehen, weil, äh, ja, wie soll man, wie soll man die lenken? Also, also, wie soll da ein Parcours aussehen? Ich meine, mit Fallen oder sowas. Das ist doch... Ist das nicht ein bisschen schwer? Laserfokus. Feel confident flying jetzt? Also, fühlst du dich jetzt wohl beim Fliegen? Nein? Das ist okay. Ähm. We're just adding a few death lasers to the course. Ja. Wir sollen uns fokussieren und dann wird alles gut. mit Lasern. Mit tot... Tod... Todbringenden Lasern. Larry sieht auf jeden Fall sehr motiviert aus. Ich... Ich auch. Und ihr... Ihr seid's auch, oder? Also, wir sind... Mach mal easy. Komm. Ab geht's, Larry. Komm. Zack, zack. Volle Pulle. Wir haben... Als hätten wir nie was anderes gemacht. Genau so, mein Freund. Oh Gott. Ich glaube, ich will zu viel. Entschuldigung. Also, wenn bei euch mal jemand so... So am Fenster vorbeifliegt. Keine Sorge. Ist nur Larry. Larry. Wie drehen wir uns denn jetzt? Oh Gott. Ah! Viel zu schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Viel... Viel zu schnell. Wir machen's mit Gefühl, okay? Zack. Ja, das geht doch schon mal ganz gut. Der Larry sieht auf jeden Fall... Wie ein richtiger Pilot aus. Also, ein richtiger, guter Pilot sogar. Der das schon länger mal macht. Boah! Wie elegant wir einfach da durchgestraytet sind, ne? Oh, guck mal. Da steht wieder einer auf dem Dach. Vielleicht können wir dem mal Hallo sagen. Hallo. Na? Alter! Oh! Wie der Fuß da so dran hing. Okay, äh... Wir müssen mal eben gucken, dass wir den Kreis drehen. So, genau. Das war ein bisschen zu viel. Sonst sehen wir nämlich nicht viel. Okay. Larry, alles im Lot, oder? Wir können's machen. Alles cool, Larry. Alles cool. Guck mal, wie elegant der hier durchdüst. So. Zack. Ganz sanft und ganz langsam einfach gelandet. Und da vorne sind die Laser. Ja, das wird ja jetzt lustig. Und das ist nur der Anfang. Das ist das Erste. Oh Gott, und wir sollen jetzt einfach in der Mitte landen. Sei dir wahnsinnig. Nein! Das Haus! Entschuldigung. Entschuldigung, Larry. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay. 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 Larry. 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 Larry! Laser! Oh Gott. Ich will mal in so einen Laser reinfallen. Ach, das war doch gar nicht das Ziel. Oh Gott. Okay, Larry. Dann hier rüber. Oh Gott. Das wird ja noch schlimmer. Jetzt müssen sie wieder betreiben. Weißt du? Jetzt müssen sie wieder betreiben. Natürlich müssen sie jetzt wieder übertreiben. So. Da vorne ist das Ziel. Und das ist überhaupt nicht übertrieben. Nee. Gar nicht. Leute. Alter. Larry, vorsichtig. Wow. Ja, das war ein bisschen zu arg, Harry Larry. Das war ein bisschen zu stressig und ein bisschen zu schnell. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, mein Freund. Okay? Ganz langsam. Guck mal. Zack. Genauso. Schritt für Schritt. Zack. Ey, wir sind ein großer Erfolg. Ich will einen Laser reinfliegen. Ja. Geil. Also der Anfang wurde schon mal gemacht mit Lasern. Aber lock on target. Larry wants to run a smart bomb weapon that could track and follow any target. But now it's being used against him. If the death lasers don't get you, the smart bombs will. Also Larry hat sich mal eine Waffe gekauft. Die irgendwie Ziele verfolgen kann. Aber jetzt wird sie gegen uns verwendet. Also gegen Larry. Und die Laser auch noch. Schön. Ein schöner Tag in der Großstadt. So stelle ich mir den vor. So stelle ich mir den vor. Alter, was? Ey, wie soll ich da denn reagieren, Mann? Larry. Was machen wir hier für eine Scheiße? Oh mein Gott. Alter, das ist doch unmachbar. Was machen wir hier gerade? Was passiert hier? Okay, das hat keiner gesehen. Wow. Vor allem der war direkt da, der Laser, weißt du? Okay, da durch. Nice, Larry. Super. Souverän. Einfach durch die Mitte. Nein. Alter, mit dem Laser, das ist, äh, mit dem Stuhl, das ist so schwer, ne? Boah, das zu kontrollieren, das ist so krass. Aber guckt euch das mal an, wie die Dreck wieder übertreiben müssen, weißt du? Gerade nur so dezent angedeutet mit dem Laser. Und jetzt hier 5000 Millionen. Laser. Nein. Und Pfeile auch noch, ja klar. Okay, wir kriegen uns wieder ein, Larry. Dann fliegen wir nochmal durchs Ziel, okay? Fokussieren, fokussieren, Larry. Ja, nice. Perfekt. Als hätte er nie was anderes gemacht. Oh Gott. Ey, wir müssen uns drehen, Larry. Okay. Ganz langsam. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, Larry. Wir haben, wir haben Zeit. Wir haben was zum Teufel. Wie soll man das bitte tun? So soll man das tun, okay. Wir fahren jetzt einfach so über die Erde. Nein, war Spaß. Oh, vorsichtig. Alter. Ernsthaft? Laterne? Eine Laterne, Larry? Hier sind 25 Millionen Laser und du fliegst gegen... Also ich fliege gegen eine Laterne. Ja. Ja, das wollte ich doch nicht. So. Ab geht's. Entschuldigung. Abbremsen. Alter, das ist doch unmachbar. Was ist das denn für eine Stadt hier? Bestimmt die Nachbarschaft von einem Freizeitpark, den ich kenne. Larry? Ja, Larry. So viel dazu, Larry. Ich dachte, wir wären Freunde. Ein Baum. Alles klar. Das war gut. Das war sehr gut. Das war noch besser. Alter Schwede. Abbremsen, 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 abbremsen. Alter. Das ist so krass, ne? Holy shit, ey. Okay, aber wir haben das. Wir haben es in der Hand. Kannst packen. Was zum Teufel ist hier los, Leute? Alter, wie der ist einfach da am Wolkenkratzer entlang, Stripe. Okay, komm zum Checkpoint. Komm, Larry, das packen wir jetzt. Packen wir jetzt. Packen wir jetzt. Packen wir jetzt. Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Nice. Nice, Larry, Mann. Du bist mein Mann. Du bist mein Mann. Okay, schön Zeitlupe wieder reinmachen. Und dann legen wir los. Auf nach vorne, bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Alter, da war die Maschine. Holy shit. Okay, Larry, komm. Scheiß auf deine alte Maschine. Wir werden uns nicht kriegen. Wuhu. Checkpoint. Ah. Straßensperre. Alter, das sind die Waffen oder was? Oh Gott. Weiter, 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 weiter. Schnell. Ich glaube, die fliegen uns hinterher. Kann das sein? Wow. Larry, wir sind zu schnell. Larry, wir sind zu schnell. Alter, Larry ist schon ein Draufgänger, ey. Ganz ehrlich. Alter, da ist die Young-Familie ein Witz dagegen, ey. Oh Gott. Nice. Ab ins Ziel, Larry. Ab ins Ziel. Komm schon. Komm schon, Baby. Komm schon. Ja. Das war knapp. Möglichst tief, möglichst tief fliegen. Oh. Nein, wir sind wieder zu schnell, Larry. Wir müssen umdrehen. Ah. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Bitte geht weg. Okay, wir richten uns neu aus, Larry. Okay. Wir fliegen nochmal weit weg. So. So. Drehen uns nochmal. Nein. So nicht, Larry. So nicht. So. Ja. Ja. Nein. Es war so gut, aber leider. Leider hat es nicht funktioniert. Okay. Ein bisschen mehr Ruhe vielleicht. Genau so. Genau so. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und jetzt fliegen wir schön in Zeitlupe ins Ziel, okay? Und wir scheißen auf diese Waffe. Larry. Majestätisch. Majestätisch, Larry. Du bist einfach der King. Ja. Geil. Einfach ein geiler Typ. Muss man sagen. Und weil das so geil ist, machen wir direkt das nächste Level. Zack. Warte. Ah. Oh. Da habe ich kurz genießt. Genießt habe ich. Aber das macht Larry nichts. Und mir macht es natürlich auch nichts. Tower Defense. Wenn Larry lost his mind and his job, his brother Harry, Larry und Harry, ernsthaft, claimed several of his inventations as his own. The truth must never come out. So Harry has increased defenses in this course to try and stop Larry's return. Also, Larry war eigentlich mal ein wohlhabender Mann. Nur der hat irgendwie seinen Job verloren. Und dann hat er sein Bruder Harry, hat dann alles übernommen. Und das war aber nicht so ganz legal. Deswegen will er das jetzt vertuschen. Und dafür hat er jetzt eine Verteidigung aufgebaut. Das ist ja schön. Verteidigung. Ich bin sowas von bereit. Wir holen uns unser Anwesen. Holen wir uns jetzt wieder, Freunde. Mit Larry gemeinsam. Ab geht's. Volle Mission Impossible. Ganz ruhig. Mission Impossible, Mann. Ja, Mann, Larry. Das ist ein Geheimagent. Das ist ein Geheimagent, wie er im Buche steht. Unfassbar dieser Typ. Unfassbar dieser Typ, was er alles so macht. Das ist unfassbar. Wolkenkratzer. Alles geplant. Das gehört alles zum Planen. Okay. Wir fliegen da ganz sanft durch. Kugel. Die scheiße. Nein! Fuck you! Harry, Mann. Was bist du nur für ein Bruder? Okay. Sehr elegant ausgewichen. Auch sehr elegant ausgewichen. Sehr das Ziel mitgenommen. Ja. Und der blaue Ball. Der hat uns... Ich versuche mal folgendes. Müssen wir eh dann in die andere Richtung. Oh, das mit der Kamera ist ein bisschen doof. Ehrlich gesagt. Ist noch ein bisschen tricky. Aber da muss man sich ein bisschen reinfinden. Aber... Ich glaube, so ist ganz okay. Ganz ruhig. Direkt wieder abheben. Weiter geht's. Larry. Nice. Nice, Larry, Mann. Das ist mein Larry. Gott. Nein! Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich gerade ernsthaft verarschen. Komm schon. Das ist eigentlich unmachbar, aber... Larry kann's schaffen. Wenn er nicht gerade irgendwie in Wolkenkratzer runterfliegt. Mit seinem jahrelangen entwickelten Raketen-Gartenschuhl-Rucksack-Dingens, wo man eigentlich drauf sitzt, der überhaupt kein Rucksack ist. Teil. Wird er es schaffen. Ich glaube an ihn. Nein, das zählt nicht. Fuck. Larry, nochmal neuer Anlauf. Oh Gott. 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 Aua! Jetzt aber. Hoch, hoch, hoch. Weg, weg, weg. Oh Gott. Alter. Ja, Mann. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Larry. Ganz sanft. Ganz sanft. Okay. Okay. Einmal... Einmal, einmal kurz durchatmen. Also, man muss sich erstmal ein bisschen abreden, bitte. Oh Gott. Okay, Larry. Nächster Anlauf, Mann. Tu's für uns. Oh nein. Ich sehe Sägeblätter. Und... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Weiter, Larry. Weiter, weiter. Mach mich stolz. Okay, ganz sanft. Erstmal einkriegen. Eben kurz landen und ausschnaufen. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen also immer zu unserem Startpunkt wieder zurückkehren. Damit wir irgendwie... Weiß ich nicht. Nächste Lage bricht. Oder so abgeben können. Und da hinten sehe ich Laser. Das wird sehr lustig. Und genau da müssen wir jetzt hin. Toll. Ab geht's, Larry. Volle Pulle. Ja, Mann. Oh Gott. Wollt ihr mich verarschen? Sag mal. Seid ihr komplett bescheuert? Oh Gott. Okay, Larry. Das ist jetzt wirklich... Wirklich tricky. Okay. 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 Macht er einfach. Macht er einfach, der Larry. Macht er einfach. Unfassbar, der Typ. Aber ganz ehrlich. Das könnte echt ein guter Geheimagent werden. Aber noch ist nichts vergessen. Und guck mal, wie der Larry tanzt mit seinem Kopf. Der ist richtig drin. Der ist sich richtig am fokussieren gerade. Das gefällt mir. Das gefällt mir, Larry. Was du machst. Und genau so müssen wir weitermachen. Hast du mich verstanden, mein Freund? Hast du mich verstanden? Ab geht's. Nächster Anlauf. Was auch immer uns in die Quere kommt. Uns hält nichts auf. Außer vielleicht... Fast alles. Was ist das denn jetzt? Warum ist das blau? Da ist ein Laser. Vorsichtig, Larry. Vorsichtig. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir haben es. Alles cool. Oh. Schnell weg hier. Alter Schwede. Alter, das war echt knapp. Aber sind wir doch eigentlich ganz gut durchgekommen, ne? Aber ich sage erst... Ich sage erst was, wenn wir im Ziel sind. Also... Bevor... Bevor wir nicht im Ziel sind. Aber das sollte eigentlich... Wenn jetzt nicht mehr irgendwas komisches passiert... Sollte das eigentlich passen. Larry! Larry, du bist mein Mann! Du bist mein Mann, Larry! Ja, Mann. Geiler Typ. Einfach ein geiler Typ. Einfach ein geiler Typ. Seht euch diesen Typen an. Ist ja nicht Hammer. Und genau mit diesem Hammer-Typen machen wir in der nächsten Folge weiter. Und ähm... Was Larry und uns da erwartet... Sehen wir bei einer neuen Folge. Guts and Glory. Guts and Glory. D понятно... So,AH-Lyn Ông! Guts and Glory! Eprerado!